UNTERTITELUNG Du bist Helge Doppler, oder? Ja, wieso? Schau mal. Kennst du das? Nein. Haben Sie jemanden gefunden, den Sie suchen? Ja. Sie sehen traurig aus. Was ist nur deine Kiste? Hast du die totgemacht? Okay. Hey. Ob du die totgemacht hast? Die fallen einfach so vom Himmel. Die flungsten einfach so runter. Ich sammle sie nur. Sie sind so schön, wenn sie tot sind. Sie sind so schön, wenn sie tot sind.